Du bist Fahrer? Du bist zu früh. Viel zu früh. Ähm, echt jetzt? Darfst du das überhaupt? Das war jetzt ne ernst gemeinte Frage. Wie viel habe ich jetzt hier? Fünf Minuten zu früh? Warte, ich erklär's dir. Stopp! Darf ein Bus eigentlich auch zu früh an der Haltestelle stehen oder kommen? Ich meine, Leute, wirklich, ich meine, das kann ja passieren, dass mal ein Bus auch mal, ja, zum Beispiel zwei Minuten zu früh an der Haltestelle steht. Hab ja dazu schon mal ein Video gemacht. Dann sollte natürlich zugesehen werden, dass auch dementsprechend die Zeit bis zur Abfahrtzeit abgewartet wird. Ja, ein Bus kann auch zum Beispiel, wer denn dort den Startpunkt hat, zum Beispiel auch fünf, sechs, zehn Minuten schon vorher stehen und auch schon Fahrgäste reinlassen. Ähm, wenn das zum Beispiel, ja, eine blöde Haltestelle ist. Ich hatte heute selbst so eine Situation gehabt an der Schule, hatte sieben Minuten dort Standzeit. Letztendlich war ich sieben Minuten zu früh, kann man ja auf Deutsch gesagt sagen. Und dann stand ich dort und dann hab ich schon die Schüler alle reingelassen und gut ist, hab meine sieben Minuten abgewartet. Also ja, ein Bus darf auch zu früh an der Haltestelle stehen bleiben, aber sollte nicht zu früh abfahren, weil dann kann es tatsächlich so Probleme geben. Also wenn er jetzt mit sechs Minuten Verfrühung von der Haltestelle wegfährt, dann ist das natürlich nicht gut und wirkt sich natürlich auf den weiteren Fahrplan natürlich aus, weil jetzt an der nächsten Haltestelle haben wir gesagt, auch fünf Minuten zu früh, wenn die Abstände relativ kurz sind. Ja, tatsächlich, ein Bus darf auch gerne zu früh an der Haltestelle kommen, sollte aber pünktlich abfahren. Ähm, Frage beantwortet? Du darfst also zu früh kommen? Ich denke schon jetzt, ne? Ich meine, eigentlich ist das ja eine selbsterklärende Frage. Da braucht man mich gar nicht fast für. Ich meine, natürlich dürfen wir auch mal zu früh an der Haltestelle, oder hast du das irgendwie anders gemeint? Hm, naja. Ja, läuft bei dir, du bist korrekt, aber trotzdem bist du zu früh. Ja, also, ja, wir dürfen auch zu früh an der Haltestelle sein, nur nicht zu früh abfahren. Ja, locker und flockig. Manchmal ist das auch so, dass man zügig durchgekommen ist, weil wir vielleicht eine Grünphase haben, ja und dann steht man meistens dann zwei Minuten vorher an der Haltestelle, ja und dann wartet man halt einfach die Zeit ab und fährt dann pünktlich wieder los. Also ja, ein Bus darf auch zu früh kommen. Gut, danke!